Hallo meine Lieben! Ihr, die ihr in meiner WhatsApp-Gruppe wart, habt mich ja immer über das Handy von der Mama gesehen. Das kann sein, das geht jetzt auch über das Handy von der Mama. Das kann aber auch sein, ihr seht mich im Computer von der Mama. Cookie, was heißt denn du davon? Wir sind jetzt auf Sendung. Auf Sendung? Was? Wir sind auf Sendung? Auf welcher Sendung denn? Naja, da gibt es so ein YouTube. YouTube? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Quatsch? Das ist kein Quatsch. YouTube, das ist ein Etwas. Da red man hier rein. Ja. Und dann kommt das woanders wieder raus, wenn sie das anmachen. Oh. Und das kann jeder sehen. Jeder? Hm. Ey, da müssen wir uns aber anstrengen. Naja, mach mal. Oder? Ja, ja, ja. Wir machen das. Gut. Ole. Okay. Oh, okay. Warte. Ich setze mich auf meinen... Oh, ja. Ich passe auf, dass das gut klappt. Das ist eine gute Idee. Und ich hole mir mal meine Gitarre. Die habe ich nämlich hier. Und wisst ihr was? Liebe Kinder. Auf diesem Kanal, den der Herr Oettl erstellt hat und hat gesagt, okay, für die Kinder da draußen gibt es ein paar Lieder. Und nicht nur für die, für die ich in den Kindergarten gehe, sondern für alle anderen auch. Der Herr Oettl, der ist schon ganz schön alt. Das macht aber überhaupt nichts. Der spielt ganz viele Instrumente. Zum Beispiel auch die Gitarre, die ich hier in der Hand habe. Hier. Und mit der Gitarre oder mit anderen Gitarren spiele ich euch einige Songs. Da könnt ihr mitmachen. Wenn ihr das Lied kennt, singt ihr mit. Wenn ihr es euch 20 Mal angehört habt, bringt das auch. Und ein Lied wollen wir anfangen. Das kennen meine Kinder im Kindergarten schon. Und das geht nämlich mit den Zweien los. Das sind die Daumen, oder? Cookie? Ach ja, ich habe dich noch gar nicht vorgestellt. Das ist der Cookie. Das sind noch nie die Daumen. Das sind doch die... kleinen Finger. Ach, die kleinen Finger. Okay, da fangen wir mal an. Die kleinen Finger tanzen den Schubidua-Tanz. 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 Die kleinen Finger tanzen den Schubidua-Tanz. Schubidu-Tanz. 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 cancer. Schubidu-Tanz. Bestimmt die Zeigefinger. Nein, das sind doch nicht die Zeigefinger. Was sind das? Die? Die? Genau, die Daumen. Die dicken Daumen tanzen den Schuppidua-Tanz. Schuppidua-Tanz, Schuppidua-Tanz. Die dicken Daumen tanzen den Schuppidua-Tanz. Schuppiduppiduppidua. Sie zeigen sich noch ein paar Sekunden und sind dann, schwupps, verschwunden. Und wisst ihr was, wie wir jetzt klatschen? Einmal auf die Knie und einmal in die Hand. Okay, los geht's. Zwo, drei, vier. Schuppiduppiduppidu, Schuppiduppiduppidu, Schuppiduppiduppidu. Schuppiduppiduppidu, Ah, zwei, drei, vier. Schuppiduppiduppidu, 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 Ah. Ja, du kannst das natürlich nicht machen, ne? Nee, du bist ja ein Papagei. Ein guter Cookie, ja. Und es geht weiter mit den hier. Was sind das? Die? Was sind das? Die? Schultern, genau. Mal kurz Nase putzen, nicht, dass die Nase wegläuft. Die schweren Schultern. Die schweren Schultern tanzen den Schuppiduatanz, 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 Schuppiduatanz. Sie schüttelt sich vor Vergnügen und bleiben dann ruhig liegen. Schuppiduppiduatanz, 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 Schuppiduppiduatanz. So, die Schultern hatten wir, jetzt kommen die hier. Warte mal, wir gehen mal am Arm ein bisschen weiter runter. Die? Was sind das? Cookie? Hast du auch nicht, ne? Die Ellenbogen. Okay. Die Ellenbogen tanzen den Schuppiduatanz, 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 Schuppiduatanz. Da werden die Ellenbogen ganz weit nach außen gezogen. singen und klatschen. Ihr könnt es auch mal so probieren. Zweimal hier und zweimal hier. Das geht auch. Und schubidubidubidu, 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 so und jetzt kommen natürlich die flinken Beine. Nein, die flinken Füße. Die flinken Füße. Wir setzen die unten hin. Ja, und wartet mal. Mal sehen, ob ihr guckt, sehen könnt, wie meine Füße da unten sitzen. Achtung! Die flinken Füße tanzen den Schubiduatanz, Schubiduatanz, Schubiduatanz. Die flinken Füße tanzen den Schubiduatanz, Schubidubidubiduat. Und aufstehen, da bleibt keiner sitzen. Alle tanzen auf, ziehen, spitzen. Singen, tanzen, klatschen. Los geht's! Schubidubidubidu, 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 schubidubidubiduat. Zwo, drei, vier, schubidubidubidu, schubidubidubiduat. So, jetzt, ihr steht natürlich, ich sitz ein bisschen wegen der Gitarre. Jetzt kommen die Hüften und da kommen die Hände an die Hüfte, dort wo die Hose zu Ende ist. Hüben und drüben. Oh, und die Hüfte wird hin und her geschwenkt. Los geht's! Die heißen Hüften tanzen den Schubiduatanz, Schubiduatanz, Schubiduatanz. Die heißen Hüften dann tanzen den Schubiduatanz, Schubidubidubiduat. Auf elegante Weise dreht sie sich im Kreise. Singen und klatschen! Schubidubidubidu, schubidubidubidu, schubidubidubiduat. Zwo, drei, vier, Schubidubidubidu, Schubidubidubidu, schubidubidubiduat. So, jetzt gehen die Hände nach oben, über den Kopf und hin und her. Der ganze Körper tanzt den Schubiduatanz, 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 Schubiduatanz. Der ganze Körper tanzt den Schubiduatanz, Schubidubidubiduat. Lässt sich mit Luft voll laufen, ganz tief Luft und und kann dann endlich verschnaufen. Ganz locker lassen alles. Nochmal, singen, klatschen, tanzen und Schubidubidubidu, Schubidubidubidu, Schubidubidubiduat. Zwo, drei, vier, Schubidubidubidu, Schubidubidubidu, Schubidubidubiduat. Na Kucki, hat es dir gefallen? Na ja, das war schon ganz gut. Ja, ich hoffe, euch Kindern gefällt das auch, die ihr das kennt sowieso. Und vielleicht gibt es auch den ein oder anderen, der hier neu dazukommt und der sagt, ey, das sind ja coole Lieder. Es kommen, ich glaube, noch ganz, ganz, ganz viele. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Die Mama braucht die Handys gar nicht mehr auf dem Handy zu speichern. Oftmals ist ja das Handy gar nicht so groß, dass das alles reinpasst. Die geht jetzt einfach auf YouTube. Und dann könnt ihr das zusammen angucken. Immer wieder, solange ihr wollt. Und egal, wie viel ich Lieder da drauf spiele, das kommt immer bei euch an. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Genießt das Leben und lasst es euch gut gehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.